Wir als Schilcherland sind ja die erste Partnerregion der Genussregionen und eine sehr junge Region und mittlerweile gibt es bereits 17 Genusswirte und die Basis davon liegt bei uns vor allem in der kulinarischen Vielfalt, die dieses Land hier zu bieten hat. Vor allem diese große Anzahl ist für die touristische Entwicklung dieser Region ganz wichtig, denn hier gibt es diese kulinarische Vielfalt und diesen Reichtum und so wird man zu einem Anziehungspunkt. Zukünftig ist es denke ich mir auch wichtig hier weiter auf diese Schiene zu setzen, denn die Marke hat einen großen Bekanntheitswert in ganz Österreich. Diese große Anzahl von Mitgliedsbetrieben ist eine wichtige Säule, um Identität zu geben. Die Marke hat schon viel bewirkt und die brauchen wir in Zukunft, um bei den Kunden glaubhaft rüber zu kommen, Identität, die diese Region auszeichnet. Und darauf wollen auch wir in Zukunft mit voller Kraft uns konzentrieren und das ausbauen. In diesen rund zehn Jahren hat die Marke Genussregion Identität geschaffen. Beim Konsumenten, beim Produzenten, flächendeckend über ganz Österreich und darauf kann man stolz sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.